Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus sagt in Offenbarung 22, Vers 13 Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Anfang und Ende, auch unseres Lebens und alles, was dazwischendrin ist. Und deshalb sind wir immer in seiner Hand. Hoffnung um 12. Auch heute wiederum wollen wir dich ermutigen. Wie begegnest du deinem Problem? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wie begegnest du deinem Problem? Mir ist der David eingefallen. Er hatte den Goliath. Und das Problem war sehr groß. Und wir wissen, viele hatten Angst vor dem Goliath. Die eigenen Leute hatten Angst vor dem Goliath. Und David hat gesagt, der ist so schön groß, den kann man gar nicht verfehlen. Das ist, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Aus welchem Blickwinkel siehst du deine Probleme? Aus dem von einer Ameise, wo du sagst, oh jetzt nicht einen Schritt zurück, sonst bin ich platt. Oder wirklich von der Vogelperspektive, wie es ein Adler sieht und sagst, ach ja, eigentlich. Es ist da, aber Gott ist größer. Sieh deine Probleme aus dem Blickwinkel Gottes. So wie es Gott sieht. Stell dir es vor, wie es Gott sieht. Du sagst, wie stellt sich es Gott vor? Lies in der Bibel. Das kannst du viel darüber lesen. Und bete auch aus diesem Blickwinkel. Bete nicht, ich arme Ameise und der große Goliath. Sondern, Herr, ich danke dir dafür, dass ich zu dir gehöre. Dass ich dir nachfolge, dass ich dein Kind bin. Und weil ich dein Kind bin, darf ich das in Anspruch nehmen, dass du das Problem so siehst, dass ich das Problem so sehen darf, wie du es siehst. Und Gott ist über allem. Ist das nicht wunderbar? Danke, Herr. Danke, Herr, dass du, Herr, die Goliaths kennst. Aber, Herr, schenk uns allen, Herr, eine Perspektive, Herr, für die Größenordnung, Herr, wie sie richtig ist. Herr, nicht wir Ameise und der große Goliath, sondern, Herr, wir es sehen dürfen aus deinen Augen, aus deiner Perspektive, Herr. Herr, dass alles möglich ist. Auch das größte Problem ist für dich kein Problem. Amen. Hast du auch so einen Goliath in deinem Leben? Für Gott ist nichts unmöglich. Und eine Frau hat folgendes Anliegen. Eine gute Freundin hat mir die WhatsApp-Nummer gegeben. Ich möchte ein Gebetsanliegen weitergeben für mich. Ich leide seit Jahren schon an Hautkrankheiten, qualvoll und es hört nicht auf, dass der Herr Heilung schenkt. Und für meine Ehe, dass sie in Jesus gegründet wird, damit mein Mann sein Herz vor Gott beugt und sich bekehrt. Vielen Dank. Ja, Jesus, wir wollen dir das jetzt auch bringen. Und das ist auch so ein Goliath in ihrem Leben, diese Hautkrankheiten, die so qualvoll sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch diesen Goliath besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass diese Hautkrankheit entmachtet ist im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass diese Haut vollkommen wiederhergestellt ist und wird, wie sie im Schöpfungszustand ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie vollkommen reinmachen kannst, von Kopf bis Fuß an dieser Haut. Danke, Jesus, und dass diese Schmerzen aufhören. Danke, dass du auch ihre Ehe segnest, ihren Mann segnest. Danke, Jesus, dass er dich erkennt und dass du zu seinem Herzen redest. Dass er wirklich, ja, dich erkennt und sich dir zuwendet. Danke, Jesus, dass du ihre Ehe segnest und dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus. Amen. Und eine besorgte Mutter schreibt, Ich danke, dass ich auf diesem Wege zu ihnen kommen darf. Ich bitte um Gebet für meinen 16-jährigen Sohn, der schon länger in Abständen unter starken Magen und Bauchschmerzen klagt. Meine Mutter und mein Vater hatten beide Magenkrebs. Dieses beunruhigt mich sehr. Ich danke ihnen von Herzen, dass sie für meinen Sohn beten. Und Jesus, wir bringen dir auch diesen jungen Mann. Und ich danke dir, Jesus, dass du in sein Leben eingreifst. Und dass diese Magenschmerzen aufhören und diese Bauchschmerzen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir ihn abschneiden dürfen von Erbkrankheiten. Danke, dass du da etwas Neues tust und dass er keine Last hat von Erbkrankheiten, sondern dass das entmachtet ist und abgeschnitten im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass er wirklich voller Hoffnung auch diese Mutter auf dich blicken dürfen. Danke, Jesus, dass du alles wiederherstellst und dass du ihn berührst und dass das aufhört, diese Schmerzen im Magen und im Bauch. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schick uns weiter deine Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Jemand schreibt uns Folgendes. Mein Bruder hat sehr starke Schmerzen. Er sagt, nicht zum Aushalten. Er hat jahrelang Depressionen und jetzt schmerzt die Zunge nach einer Operation. Er lebt jahrelang mit Schmerzen und Ängsten. Bitte betet mit. Ja, danke, danke, Herr. Herr, du siehst jetzt auch, Herr, das alles, was in Unordnung gekommen ist, Herr, die Zunge, die Schmerzen und all diese Umstände. Und ich danke dir, Herr, danke, dass wir auch in diesen Körper deine göttliche Normalität hineinrufen dürfen. Danke, Herr, danke, Herr, dass du der Heiler bist und danke, dass dieser Mensch auch wirklich wunderbar deine Heilung empfängt. Amen. Amen. Und ein letztes Anliegen für heute. Eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Mein heutiges Gebetsanliegen betrifft den Vater einer Freundin von mir. Er hat Krebs, wodurch es ihm oft nicht gut geht. Bitte betet und auch, dass seine Familie nicht die Kraft und den Mut und die Hoffnung verliert. Danke von Herzen für euer Gebet. Oh ja, Herr, danke, Herr, sei jetzt auch, Herr, in der ganzen Familie, Herr, Herr von dieser Freundin. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, lass wirklich deine Güte, deine Gnade dort walten und schenke du Lösungen, schenke du Heilung, schenke du Freude und Frieden in dieser Familie. Ich danke dir, Herr, dass in dir alles ist, Herr, was auch diese Familie braucht. Danke. Amen. Amen. Und Menschen erleben auch Gottes Eingreifen und wie jedes Mal einige Zeugnisse hier. Und eine Frau berichtet von einer Heilung am Heiligabend. Im vergangenen Jahr entzündete sich meine Daumensehne. Ich litt monatelang an starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Trotz eurer Gebete trat keine Veränderung ein. Der Arzt meinte, dass es nur noch eine OP hilft. Im Oktober bat ich nochmals um Gebet und hielt im Glauben weiter daran fest, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Am Heiligabend stellte ich dann voller Freude und Begeisterung fest, dass sich die Einschränkung meines Daumens wie in Luft aufgelöst hat. Von dem Tag an trat die sichtbare Genesung ein. Heute kann ich euch mitteilen, dass ich zu 100% geheilt bin. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure so wertvollen Gebete. Und während der ganzen Monate erkrankte ich noch zusätzlich an einer Gürtelrose. Sie verlief völlig komplikationsfrei. Auch hier hat der Herr eingegriffen. Und dieses Zeugnis zeigt uns auch, dass wir dranbleiben sollen und einfach nicht aufgeben. Gott erhört Gebet. Und Gott begegnet auch jeder Not. Ich möchte mich für eure Gebetsunterstützung bedanken. Wir haben eine schöne neue Wohnung und keine Schulden mehr. Alles hat wunderbar geklappt. Was für eine Freude für diese Menschen. Und Gott verändert auch Lebensumstände. Ich danke vielmals für das Gebet für meinen Sohn. Er hat Arbeit in der Nähe unseres Wohnortes gefunden, die ihm viel Spaß macht. Er hat sich so sehr geändert. Danke Gott und auch euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Gott verändert wirklich Lebensumstände. Ja, Gott ist für alle da. Und nicht nur für die Gottesdänste, sondern für dich, für jede Situation. Und hast du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wirklich wissen. Wir freuen uns darüber. Und es ist so schön, hier diese Zeugnisse vorlesen zu können. Ja, heute wieder der Tipp des Tages. Und wir hatten es vom Goliath. Und ich sagte ja, mach den Goliath zu deiner Siegestrophäe. Und das ist was Wunderbares. Nicht zu deinem Schreckensvorbild, sondern wirklich zu deiner Siegestrophäe. Sage ja, ich werde den besiegen. Ich werde das Problem besiegen im Namen mit meinem Gott, im Namen Jesu mit meinem Gott. Und ich sage dir, bete aus dem Blickwinkel Gottes. Und wenn du irgendetwas auf dem Herzen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten für jedes Anliegen. Auch die, wo wir nicht vorlesen. Und du kannst heute noch bis 13 Uhr am Telefon sein oder auch im Chat oder auf gebet.missionswerk.de Heute möchte ich dir unseren Gebetsleitfaden empfehlen. Es sind wunderbare Impulse drin. Auch das ganze Vaterunser. Nicht nur den Text, sondern wie man den Vaterunser Stück für Stück durchbeten kann. Und da kann man eine ganze Stunde beten. Da ist so viel Inhalt. Wenn es anfängt mit Unser Vater, Mein Vater, Mein Vater in dem Himmel. Und das Ganze, lass es dir zuschicken. Sende uns deine Adresse und du bekommst kostenlos zugesandt. Sei gesegnet und sei dir sicher, Gott ist mit dir. Tschüss, bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Das war's für mich. Schack uns die Vorverständige. Alles right? Schack uns zwei. So, als ich glaube, es tut mir. So, wie ihr das so erinnert. So, wie ihr es tut mir. Vielen Dank.